Verlassen liegt der Jugendkunstkulturraum im Revier. Da lobt man sich doch Veranstaltungsorte namens Kanal 21. Verlassen liegt der Jugendkunstkulturraum im Revier. Kein Gast noch weit und breit, nur der Veranstalter ist hier. Irgendwann fährt sanft ein Tourbus an die Hinterpforte. Die Band steigt aus, grüßt ungelenk ins Dunkel ohne Worte. Schleicht heimlich in die Garderobe, doch schon bald wird klar. Der Typ, dem zu entrinnen war, der ist heut gar nicht da. Genau, der mit den 17 Katalogen in der Hand, der Abgesandte. So hat man den Kerl hier mal genannt. Am Vordereingang wartet er oft seit Mittag schon. Doch niemals bis zur Show, die war nie Teil seiner Mission. Vom Warten in der Kälte waren ihm die Finger klamm. Doch wenn er einen sah, ging's los. Nur schnell ein Autogramm. Und zwar eines für die Gabi und den Manuel. Eines für Doreen und Gynilein. Eines für die Schmucken-Jungs und Mädels vom Dämmen-Trupper-Tisch-Tennis-Verein. Hier für Jacqueline, mit Toi, Toi, Toi fürs Abi. Hier eines für Barbette, Jeannette und Flo. Hier für Bolle, hier für Knolle, hier für Cosi, hier für Rosi, hier für Antoine, Julien, Golo, Amoreau. Nein, doch nicht mit O. Hier für Hanne, hier für Manne, hier für Hotte, hier für Lotte. Die Bezirksmeisterin im Damen-Rodeo. Und eines einfach so. Der Besset von Frau Klocka hat die Leiche dann entdeckt. Im Wäldchen hinter dem Theater, ungeschickt versteckt. Man ruft die Polizei, sperrt alles ab. Der Kommissar bemüht sich zu verstehen, was zum Teufel hier geschah. Wie konnte dieser arme Mann so elendig verrecken? Naja, vielleicht, weil ihm im Rücken siebzehn Kugelschreiber stecken. Und zwar... Einer für die Gabi und den Manuel, einer für Doreen und Gynilein, einer für die schmucken Jungs und Mädels. Hier für Jacqueline, mit Toi, Toi, Toi fürs Abit. Einer für Bolle, Ehe für Knolle, Ehe für Kosi, Ehe für Rosi, Ehe für Antoine, Julien, Golo, Amoreau. Und zwar mit dreimal Ohl, Ehe für Hanne, Ehe für Manne, Ehe für Lotte, Ehe für Hotte. Den Bezirksmeister im Damenrodeo. Und einer einfach so. Und einer einfach so. Und einer einfach so. Und einer einfach so.